Hallo zusammen, Matthias hier von Fotografieren Lernen und herzlich willkommen in diesem Tutorial. Heute geht es um das Thema Gegenlicht. Gegenlicht ist was richtig cooles, denn bei Gegenlicht gibt es so schöne Lichtkanten am Haar beispielsweise. Wir haben schon einen coolen Lichteffekt von hinten. Wenn gerade hier von hinten die Sonne so geil reinkommt oder sowas, das sieht richtig cool aus auf Bildern. Das Fotografieren ist hier ein bisschen anspruchsvoller. Wir müssen auf die Kameraeinstellungen achten, auf die Objektive, auf die Ausrüstung achten und natürlich auch, wo wir unser Modell platzieren. Denn gerade wenn wir mit Gegenlicht fotografieren, haben wir von hinten natürlich sehr, sehr viel Licht. Zwölf Uhr mittags ist dann eine eher ungünstige Zeit, auch so 14, 16 Uhr oder sowas. Gerade wenn die Sonne ein bisschen weiter runter geht, wird es zwar einfacher und besser, sowas zu fotografieren, aber es ist immer noch anspruchsvoll. Wir müssen immer noch schauen, haben wir zu viel Gegenlicht, haben wir vielleicht einen total überstrahlten Himmel oder können wir das irgendwie ausgleichen. Ausgleichsmöglichkeiten gibt es hier jede Menge. Ich würde euch trotzdem empfehlen, hier eher gegen Abend zu fotografieren. Aktuell sind wir eigentlich schon nach dem Sonnenuntergang. Das heißt, wenn man mal hinter mich schaut, sieht man, die Sonne ist schon fast komplett weg. Eigentlich ist es schon zu spät, um diese coolen Bilder zu machen, denn wir haben ja keine Sonne mehr, wir haben ja keine Lichtkanten mehr, die wir hier hinterm Haar oder sowas haben oder wir haben auch keine Flares mehr im Bild oder sowas, was so dieses typische Gegenlichtbild ausmacht. Deswegen würde ich ein klein bisschen früher anfangen. Gerade am Anfang ist es gut, wenn man zwei, drei Stunden vor Sonnenuntergang anfängt und sich einfach mal anschaut, wie sieht das Licht denn aus in dieser Zeit? Wie lange muss ich denn warten, um dieses perfekte Licht zu haben? Dafür braucht man entweder ein geduldiges Modell oder man fotografiert einfach andere Sachen. Diese Lichtkanten, die legen sich auf alles. Die legen sich auch auf Pflanzen, die legen sich auf Bäume, auf irgendwelche anderen Objekte. Das ist so relativ cool und einfach, so herauszufinden, wie Licht funktioniert und auch wie man mit Gegenlicht fotografiert. Meine Empfehlung ist jedoch, so ganz kurz vor Sonnenuntergang anfangen zu fotografieren, dann ist das Licht perfekt und auch dieser Unterschied zwischen der Helligkeit vom Modell und der Helligkeit von hinten, von dem Gegenlicht, ist nicht mehr so groß. Bei den Kameraeinstellungen solltet ihr trotzdem darauf achten, dass ihr das Modell nicht zu stark unterbelichtet. Ich gehe beispielsweise her, ich fotografiere das Modell ein klein bisschen zu dunkel, aber ich weiß genau, ich kann das im RAW wieder rausholen. Aufhellen ist in der RAW-Entwicklung, also in der Bildbearbeitung, deutlich einfacher als abzudunkeln. Das heißt, lieber etwas Zeichnungen im Himmel haben und dafür ist das Motiv etwas zu dunkel, als umgekehrt. Das lässt sich viel einfacher ausgleichen, aber das ist auch so ein bisschen Erfahrungssache. Hier muss man echt darauf achten, wie viel zu dunkel kann ich mein Motiv fotografieren, um es immer noch aufhellen zu können. Wenn ihr hier auf Nummer sicher gehen wollt, fotografiert einfach so, dass das Modell korrekt belichtet ist. Dann kann es zwar sein, dass der Himmel zu hell ist, aber ihr seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Zum Thema Ausrüstung gibt es auch noch ein paar Punkte, wenn man mit Gegenlicht fotografiert, und zwar das Objektiv. Beim Objektiv gibt es zwei Punkte, die man definitiv beachten muss. Zum einen mal die Vergütung und die Qualität der Linse. Denn je besser diese vergütet ist, umso eher kann die Linse diese Helligkeitsunterschiede ausgleichen, beziehungsweise auch Flares verhindern. Flares bekommt man, wenn man direkt in die Sonne rein fotografiert. Das sind diese Lichtreflektionen im Bild. Das entsteht, wenn man von hier vorne Licht in die Kamera reinbekommt und das Spiegel quer durch das Glas und wirft das natürlich auch auf den Bildsensor. Ein kleiner Trick, um das zumindest mal ein bisschen zu vermeiden, ist die Streulichtblende. Mit der Streulichtblende können wir zumindest mal die Seiten abdecken, dass das Licht nicht so direkt von der Seite reinkommt und diese Spiegelungen verursacht. Oder wir verstecken die Sonne. Wir können die Sonne auch verstecken und zwar zum Beispiel hinter einem Baum oder sowas. Und es einfach so cool durch die Bäume schimmern lassen. Ich habe das bei einigen Bildern schon gemacht. Hier habt ihr mal ein paar Beispielbilder zu dem Thema. Hier sieht man sehr gut, ich habe die Sonne hinter den Bäumen versteckt und so ein bisschen verdeckt und abgedunkelt. Das macht auch nochmal so einen Helligkeitsunterschied aus und dunkelt den Hintergrund, also die Sonne und den Himmel so ein klein bisschen ab und die Kamera kommt damit deutlich besser zurecht. Auch beim Autofokus gibt es extreme Qualitätsunterschiede, was das Objektiv angeht. Günstigere Objektive haben gerade bei Gegenlicht, wenn das Licht von allen Seiten kommt und alles überstrahlt, extreme Probleme, ein Motiv scharf zu stellen. Das muss man vielleicht ein bisschen bedenken und vielleicht auch einen manuellen Fokus anwenden. Teurere Objektive, besser vergütete Gläser kommen hiermit deutlich besser zurecht. Ich habe das gemerkt bei meinen Shootings, wenn ich zum Beispiel das 50-1.8 von Canon verwende, das gibt es für etwa 100 Euro, habe ich hier öfters Autofokus-Probleme, als wenn ich beispielsweise wie hier das 35-1.4 nehme oder eine ähnliche vergleichbare Linse wie zum Beispiel das 50-1.4 von Canon. Ich werfe jetzt hier mit sehr vielen Werten um mich herum. Im Endeffekt heißt das ja, je besser ein Objektiv ist, umso treffsicherer ist der Autofokus, auch in Gegenlicht-Situationen. Natürlich kann man beim Gegenlicht sehr, sehr kreativ werden. Ihr könnt beispielsweise Nebel oder Rauch als Effekt einsetzen und die Sonne von hinten so cool durchstrahlen lassen. Das sieht sehr, sehr cool aus. Oder ihr könnt die Belichtung auf den Himmel setzen und das Modell komplett unterbelichten und kriegt so eine coole Silhouette. Das ist auch ein sehr cooles Motiv, sehe ich sehr oft im Internet, kann man auch mal ausprobieren. Ihr müsst hier ein bisschen variieren und einfach mal eure Kreativität spielen lassen. Denkt nur dran, lieber das Motiv korrekt belichtet, als den Himmel korrekt belichtet. Also das Motiv sollte definitiv scharf und korrekt belichtet sein, nicht zu dunkel, nicht zu hell. Lieber den Himmel bisschen ausfressen lassen, als hier einen Fehler machen. Das war's für heute. Ihr seht jetzt noch ein paar Beispielbilder, die ich mit Gegenlicht fotografiert habe, mit einer ungefähren Uhrzeit nebendran und natürlich auch mit den Kameraeinstellungen und dem Objektiv, das ich verwendet habe, um euch eine ungefähre Vorstellung zu geben, wie ich das Ganze fotografiere. Wenn ihr jetzt noch Lust auf mehr Tutorials habt zur Fotografie oder Bildbearbeitung, dann schaut doch einfach mal vorbei auf fotografieren-lernen.eu oder abonniert diesen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. und wir sehen uns beim nächsten Video.